Wir sind Andrea und Markus Kerbleder, wir haben den Familientrainer von 2011 bis 2012 gemacht. Das war eine super tolle Erfahrung. Was mir ganz gut gefallen hat, war die Zeit, was ich für mich brauchen kann zum tolle Gespräch mit dem Führer-Tone in den paar Gesprächen. Ja, und für mich, dass wir uns überhaupt mit dem Thema Zeit beschäftigt haben und bewusst damit mit der Zeit, wo wir zwei füreinander haben, umgekommen. Das war für uns eine schöne Erfahrung. Also wir können es allen nur empfehlen, macht noch den Tonerkurs mit. Er bringt für euch bitte was. Also ich war zuerst schon ein bisschen skeptisch und habe mir gedacht, ob wir da zu wenig katholisch sind für das Seminar, weil das von der Schönstatt Akademie ausgeht. Und ja, ich bin aber ganz positiv überrascht. Sie haben ja einen super tolle Parika im Kurs. Mit denen haben wir uns nach dem Blenden mit. Mit allen verstanden, dass es tolle Freundschaften gibt. Und das über den Kurs raus. Wir haben es jedes Wochenende wieder gefreut an. Unsere Kinder haben sich gefreut zum Wiedergang. Ja, und es ist schon wirklich schön, wie sich unser Mund unter dem Paar gebildet hat, und dass wirklich Freundschaft entstanden ist. Und das ist wirklich eine ganz tolle Szene. Die Gegend war natürlich auch toll. Unser Wartokolleg. Zum Spaziergang auch mit der Frau. Ganz alleine. Ja, gar nicht. Und die Memphilzwoche war super. Also das war schon ein Highlight die Woche. Ein Sehbad, ein Ballspieler. Und trotzdem noch an dem schönen Ordner hatte ich dann einfach Seminare zu machen. Und was ganz toll war für mich als Frau, dass ich einen Tisch gekocht bin und das Essen serviert gekriegt habe und eigentlich mir einen Spannerein gewöhnt und nicht kochen habe. Und das war schon mal. Vollbedürftig.